Ich darf Sie alle sehr herzlich begrüßen im Namen der Allgemein Anthroposophischen Sektion zu diesem sehr besonderen Abend über Gustav Landauer, den ich beginnen möchte. Ich möchte Ihnen Gustav Landauer vorstellen hier innerhalb dieser Vortragsreihe über große Gestalten des jüdischen Humanismus im 20. Jahrhundert, über Zeitgenossen Rudolf Steiners und Gustav Landauer hier in Götteranum einmal zu Gast zu haben im Sinne eines solchen Abends, ist für manche von uns wirklich ein besonderes Ereignis und ich danke Ihnen sehr, dass Sie gekommen sind. Es wird meine Aufgabe sein, in der nächsten knappen Stunde kurz über seine geistige Gestalt zu sprechen, dann länger über seine Lebensarbeit, seine Lebensgeschichte und am Ende noch ein wenig auch zu dieser besonderen Persönlichkeit. Dann werden wir eine kurze Pause machen. Sie haben die Gelegenheit dann vielleicht mit etwas biografischem Grundwissen diese kleine Ausstellung zu betrachten, die uns dankenswerterweise von dem Verlag zur Verfügung gestellt wurde, der die sehr schöne Landauer Ausgabe, eine Taschenbuchausgabe seiner hauptsächlichsten Schriften, Vortragsmanuskripte hergestellt hat. Und dann wird Constanza Kalix einen Beitrag unter dem Titel Die Erziehungsfrage als soziale Frage der werdende Mensch, pädagogische Impulse Gustav Landauers und seines geistigen Umkreises darstellen. Also ein paar Worte einleitend, mit wem wir es überhaupt zu tun haben und wie Gustav Landauer auch gesehen wird. Jemand nannte ihn mal einen revolutionären Romantiker, ein anderer sprach von einem jüdischen Messianisten individueller und anarchistischer Prägung. Landauer selbst hätte vielleicht gesagt, schlicht und bescheiden gesagt, er verstehe sich als Sozialist. Und er definierte den Sozialismus als das Bestreben, mit Hilfe eines Ideals eine neue Wirklichkeit zu schaffen. Und schrieb erläutern nicht, das Ideal wird zur Wirklichkeit, aber durch das Ideal, nur durch das Ideal, wird in diesen unseren Zeiten eine Wirklichkeit. Es geht nicht darum, Idealisches als Ideal in eine Wirklichkeit einzuprägen, aber es ist eine Orientierung, deren Ausgestaltung eine neue Wirklichkeit stiften kann. Das Ideal, so schrieb er weiter, wendet sich vom Gegenwärtigen ab. Es wendet sich dem Neuen zu. Es ist Sehnsucht nach der Zukunft, nach dem Besseren, nach dem Unbekannten. Und Gustav Landauer, 1870 gestorben, 1919 in einer furchtbaren Weise ermordet, mit 49 Jahren. Und Gustav Landauer war ein Mensch, der doch tief erschüttert war von seiner Lebenszeit, von den extremen sozialen Ungerechtigkeiten, aber auch von dem, was der Kapitalismus überhaupt anrichtet, auf Erden, in den Menschenseelen, in der Natur, im sozial destruktiven Sinne. Margarete Suessmann, eine Mitstreiterin von ihm, diese jüdische Schriftstellerin, die dann später in der Emigration in der Schweiz, lange in Zürich lebte, schrieb Gustav Landauers, ganze Seele bebte vor Zorn und Leid über das, was die kapitalistische Welt aus den Menschen gemacht hatte. Seine Seele litt ihr Leid. Also dieser Veränderungsimpuls, das werden wir hören, kam aus einer sehr glasichtigen Analyse, dass es so nicht weitergehen kann, wie Ende des 19. Jahrhunderts, als er geboren wurde, er die Welt vorfand. Nicht, dass er der Auffassung war, es wird sofort alles untergehen, aber die Verheerungen, die Zerstörungen des 20. Jahrhunderts bis tief hinein in die Menschenseelen, die Naturseelen in den ökologischen Zusammenhang werden so sein, dass dringend etwas geschehen muss. Und er litt nicht nur, er war nicht nur ein Leidender, er war ein Schaffender, ein Mensch, der Sozialformen vorgedacht, aber auch mit ausgestaltet hat, Formen einer neuen freiheitlichen Gesellschaft. Und er war der Auffassung, Menschen müssen üben, in neuen Formen der Ökonomie, der Gemeinschaft überhaupt wieder zu leben. Und er suchte Menschenseelen und er fand einige zu seinen Lebzeiten, die sich mit ihm auf den Weg machten. Sozialismus, so schrieb er auch einmal, ist die Willenstendenz geeinter Menschen, um eines neuen Willen, um eines Ideals Willen Neues zu schaffen. Also es geht auch vor allem um Menschengemeinschaften, die sich bilden müssten, um etwas zu tun, zu verändern. Was war er noch? Er war ein jüdischer Kulturphilosoph, könnte man sagen, ein Sprachphilosoph, jemand, der durch seine Freundschaft mit Martin Buber und durch seine Liebe und Ehe zu Helene Lachmann, Hedwig Lachmann, Entschuldigung, zu seiner späteren Ehefrau, einer Lyrikerin, die aus einem tiefjüdischen Haus kam und sich auch selber so verstand, er drang erst langsam ein in seinem Leben in die Geheimnisse des Judentums. Er war zwar auch dort geboren, aber es spielt in seinem Elternhaus eigentlich keine große Rolle, wie so oft im assimilierten deutschen Judentum Ende des 19. Jahrhunderts. Es ist ihm immer wichtiger geworden und er sah einen sehr wesentlichen Beitrag des Judentums überhaupt für die Menschheit der Zukunft. Darüber werde ich kurz sprechen. Er war ein dichterischer Mensch, er war ein Poet, das kann man schon so sagen, auch wenn er einmal von sich dann in Selbsterkenntnis schrieb, er sei wohl zu etwas anderem als zum Gestalten-Dichten berufen. Es ging bei ihm eher um die Wirklichkeit Dichten, das heißt nicht Gestalten gestalten, sondern Gestaltungen neuer Lebensgemeinschaften, überhaupt Erkennen um des Gestaltenwillens. Es gab etwas zu tun in dieser Welt und dieser Schriftsteller, der er war, dieser Theaterkritiker, der er war, dieser Literaturwissenschaftler und Literaturkritiker und tiefe Kenner der Musik, er war immer jemand, der eigentlich zu dieser neuen Gestaltung drängte. Ein Augenmensch, aber auch ein Ohrenmensch. Er sprach einmal davon, wir müssten von der Weltanschauung im 20. Jahrhundert zu einer Form von Weltbehorchung kommen. Auch aus der Raumessprache, der Sinneswelt zu einer Zeitensprache zu kommen, die unter anderem sich in der Musik ankündige. Ein tiefspiritueller Mensch, das merkt man auch in seinen Literaturbetrachtungen, er war sehr zu Hause in der Welt von Shakespeare und in vielen anderen Schriftstellern, besonders seine Beziehung zu Goethe und zu Hölderlin. Ich werde kurz darauf auch zu sprechen kommen. Nun jemand schrieb einmal, er habe Hölderlin kommentiert an eine jüdische Tradition, Kommentierung heiliger Texte anschließend, nur dass bei das Heilige bei Landauer die europäische Hochliteratur war, so wie Hölderlin. Aber doch Zeile für Zeile, Wort für Wort. So hat er einmal Hölderlins große Rheinhymne kommentiert. Aber eben, er ist nicht bei Hölderlin und Goethe stehen geblieben. Er hat sehr viele andere Schriftsteller thematisiert, viele auch übersetzt in die deutsche Sprache und eigentlich in Deutschland erst zugänglich gemacht. Darunter Menschen auch, die er wichtig fand für die Sozialgestalt der Zukunft, wie diesen ebenfalls sozialistisch gesinnten Pierre-Joseph Proudhon, aber auch vielleicht besser bekannt Michael Bakunin oder der Russe Peter Kropotkin. Er hat diese Menschen in die deutsche Sprachlandschaft gebracht, aber auch Oscar Wilde lebte auch teilweise, denn er musste immer wieder auch die Familie ernähren. Er war Vater von vier Kindern, eines von ihnen starb früh, aber drei Mädchen wurden groß. Und es war nicht leicht für ihn als schreibender, im Wesentlichen schreibender und vortragender Mensch, diese Familie zu ernähren, zumal seine Frau eben auch Lyrikerin und Übersetzerin war. Dennoch waren es nicht Auftragsarbeiten, sondern selbstgewählte geistige Ziele. Genauso wie seine Eckart, Meister Eckart, Herausgabe. Er ist also der Erste eigentlich doch, der die mystischen Schriften Meister Eckart aus dem Mittelhochdeutschen, das Neuhochdeutsche übersetzt hat, bemerkenswerterweise vor allem im Gefängnis Tegel, wo er durch sein soziales, sozialistisches Engagement inhaftiert war. Also eine große Vielfalt einer geistig-kulturellen, sozial gemeinten Lebensarbeit. Und die schon einmal genannte Margarete Suessmann hat einmal geschrieben, dass man in seinen Schriften bei Landauer den Atem einer Wahrheit wehend eigentlich am Werke sah, die wir in Deutschland seit langen Zeiten nicht mehr gekannt haben. Ungewöhnlich für viele Zeitgenossen war seine Art der Bildung, seine Art des Wissens, das war alles voller Leben, wie unmittelbar aus der Lebendigkeit der Wirklichkeit entstanden, nicht Literaturwissenschaft, sondern Literatur, gelebtes Leben, gelebte Philosophie. Und irgendwie ging es ihm auch um das Leben, um den inneren Kern des menschlichen Lebens, für die Zukunft, gerade auch von Menschengemeinschaften. Suessmann schrieb auch, er sei revolutionär gewesen, aber revolutionär sein im Sinne Landauers hieße wohl, die Menschen lieben bis zum letzten Opfer, sie lieben jenseits von Glauben oder Unglauben an sie, denn die Menschen lieben, das heißt sie erlösen wollen. Dieser Mensch hatte wirklich einen enormen, heute würde man vielleicht sagen therapeutischen Ansatz. Es ging ihm aber nicht um Medizin, sondern um die Entwicklung des Menschen und die Hilfe, die wir brauchen. Und das eben im Drama des Materialismus, von dem er durchdrungen war, dass er immer weitergehend die Seelenkräfte des Menschen korrumpieren wird und dass eigentlich der Umschwung geschehen müsste, aus der Basis der erwachten Menschenseelen sich für neue und andere Ziele als nur die des Profits und der Materie einzusetzen. Ein Mensch, der immer das große Ganze eigentlich im Auge hat, aber eben wusste, die Menschen werden sich nur für eine neue Gesellschaft begeistern können, wenn sie selber andere geworden sind. Und es wird nicht reichen, die Produktionsverhältnisse zu ändern, die Ökonomie, wie der Marxismus, Leninismus, der Auffassung war die Umverteilung der Produktionsmittel, Landau war zutiefst davon durchdringen, dass wenn die Menschen nicht anders werden, dann werden sie auch die Gesellschaft nicht anders, dann werden die anderen Menschen die Produktionsmittel haben. Es wird alles über den Weg der Selbsterkenntnis gehen. Und er versuchte, Menschen zu erreichen in seiner Zeit durch seine Schriften mehr, viel mehr noch durch seine Reden. Auch er, wie Ruder Steiner, war ein großer Vortragender. Auch er, wie Ruder Steiner, war der Auffassung, es reicht, einen kleinen Zettel zu haben mit ein paar Notizen und so waren seine Vorbereitungen. Und den ersten Satz sollte man wissen, wäre gut zu wissen, mit dem man anfängt und vielleicht den letzten, mit dem man aufhört. Aber alles dazwischen müsse sich in freier Sprache entwickeln, in mündlicher Sprache. Und das Ziel wäre eine Art gemeinschaftliche Verständigung und Verbindung zwischen dem Sprechenden und den Hörenden. Er war davon durchdrungen, dass sich Gemeinschaft bildet in so einem Zusammenhang, zumindest ein Saatkorn für so eine neue Gemeinschaft. Die Sprache als eine Wesenheit, die die Menschen aufruft, heranruft gewissermaßen an den Inhalt, aber auch verbindet. Er war der Auffassung, er wolle noch lernen in seinem Leben, noch viel einfacher zu sprechen in Zukunft. Er hoffte, dass er noch tiefer die Menschen erreichen kann und dann schrieb er einmal in einem Brief, und wenn wir erst die rechte Sprache haben, bekommen wir denn doch wohl so viele zusammen, dass unsere eigentliche Sprache beginnen kann, die Sprache des Beispiels und des Beginnens. Also das letzte Ziel sind dann auch nicht gute Vorträge und eine Sprachgemeinschaft, sondern eine Handlungsgemeinschaft. Und er hat Menschen gesammelt, das darf man wirklich so sagen. Und da und bei vielem anderen werden Sie in den nächsten 40 Minuten große Nähen zu Rudolf Steiner vernehmen, wie ich meine, zumindest von den Motiven, Menschen zu sammeln. Im Grunde diejenigen neben vielleicht der Heerstraße, also des Lebens, diejenigen, die den Eindruck haben, die Zeit ist gekommen, sich für eine andere, neue, kommende Gesellschaft einzusetzen. Er hat sie gesammelt, wie Rudolf Steiner auf seine Art, mit Schriften und Vorträgen. Gesammelt aber nicht, um sie für sich zu gewinnen, sondern um neue Gesellschaften zu bilden. Und er hat das nicht nur in Deutschland getan. Es ist eindrücklich und werden Sie hören und ein wenig auch an der Ausstellung nachlesen können, wie sehr er einen kosmopolitischen Horizont hat, dass die Zeitschriften, die er herausgab, insbesondere das Organ des Sozialisten, hat weltweit versucht wahrzunehmen, was an Aufbruchsbewegungen Anfang des 20. Jahrhunderts im Sinne dieser neuen Gemeinschaften, die ein nicht-kapitalistisches System des gegenseitigen Wirtschaftens, miteinander Lebens versuchen, was diese neuen Initiativen in Japan, in Spanien, in Südamerika, wie es denen geht. Es war interessant, dass er mit seinem Organ versuchte, wahrzunehmen, was sich vollzieht, aber auch einzusetzen, wenn diese Freunde teilweise in ihren Ländern angeklagt wurden oder viele Repressalien zu leiden hatten. Er sagte, man brauche keinen Glauben an die Erreichung des Zieles, aber schon einen Glauben an die Sachen. Nun werde ich ein wenig Ihnen von seinem Leben berichten, nach diesem kleinen Vorspann über einige der Motive, diesem Leben von 1870 bis 1919, das so je endete und hoffe dann am Ende noch ein paar Worte zu seiner Person zu sagen, aber Sie werden auch beim Zuhören des Lebensgangs diese Person kennenlernen. Daran möchte ich nicht zweifeln. Er ist geboren in Karlsruhe. Es war der 7. April 1870. Die Eltern führten dort ein Schuhgeschäft, aber sie kamen nicht von Karlsruhe, sie kamen eigentlich mütterlicherseits aus Oberschwaben, ein geheimnisvoller, interessanter Ort, die ehemals Freie Reichsstadt, eine Kleinstadt Bad Buchau am Federsee, wo seine Mutter groß geworden ist. Immerhin der Ort, wo die zweitgrößte jüdische Gemeinde in ganz Württemberg lebte. Er war ein Cousin von Albert Einstein, auch die Familie von Hermann Einstein lebte in Bad Buchau am Federsee. Die sind dann aber 1870 zur Zeit von Landauers Geburt von Bad Buchau nach Ulm gegangen. Albert Einstein ist in Ulm geboren, 1879, sind eng verwandt. Eine besäutende, kleine, besondere Stadt an einem See. Der Vater ist nicht weit davon groß geworden, in Buttenhausen, das ist bei Münsingen, wenn Sie dieses Schwäbisch-Oberschwäbische etwas kennen. Man fährt von Zwiefalten, was ja berühmt ist durch das Kloster, aber auch durch die Psychiatrie, das Lautertal entlang. Und da in diesem wunderschönen, engen Tal, eine kleine Stadt, wo die Hälfte der Einwohner Juden gewesen sind, dort ist sein Vater her. Und dann hat die Familie in Karlsruhe gewohnt, aber er ist oft noch zurückgekommen, auch später in diese oberschwäbische Gegend, fühlte sich dort sehr zu Hause. Er studierte Germanistik, er studierte Anglistik, Philosophie, Kunstgeschichte, aber er wollte eigentlich doch Schriftsteller werden. Er hat diese Fächer studiert, sehr wohl in Berlin und in Straßburg und dann ging er noch einmal nach Berlin zurück, begonnen hat er in Heidelberg. Er hat sie ernst genommen, die Fächer, aber er hat sich mehr in Literaturzirkeln aufgehalten, hat die Vorlesungen besucht, aber eigentlich schrieb er selber Novellendramen, eigentlich ein vorbereitendes Studium für seine eigene poetische Lebensziele. Das war seinem Vater nicht nur recht. Und er wird dann sehr schnell und sehr politisch, denn er erlebte eine Umbruchszeit, er erlebt sie zuerst einmal im Bereich der Politik. Als er nach Berlin kommt, zum 2. Mai 1890, er wird gerade 20, ist er schon in der ersten Woche in Berlin bei einer Versammlung der Sozialdemokraten mit Wilhelm Liebknecht. Das war der Gründer der Arbeiterbildungsschulen in Berlin, an denen Rudolf Steiner ab Januar 1898, acht Jahre später, mit Unterstützung von Liebknecht, Lehrer werden wird. Und die andere Berliner Arbeiterbildungsschule in Spandau hat ja Rudolf Steiner zusammen mit Rosa Luxemburg eingeweiht, zu deren Tod die Gedenkrede dann Gustav Landauer in München halten wird. Er kommt hinein in diese Zeit, wo es eigentlich um soziale Veränderungen geht. Verlandauer war klar, eine große Rolle wird die Kunst spielen und insbesondere das Theater. Er war der Auffassung, die Bühne wird etwas sein, was Menschen erreichen kann, mehr als Bücher möglicherweise. Und in Berlin bildet sich, gerade in der Zeit, als er kommt und er tritt direkt ein, eine freie Volksbühne, die heißt deswegen so, weil sie sich vom Staat unabhängig machen möchte. Es gab nämlich ziemlich viel Zensur und was da gespielt wurde, das war nicht frei. Aber was eine Möglichkeit war, noch ein Vereinsrecht. Genauso war die Arbeiterbildungsschule von Liebknecht ein Verein. Und diejenigen, die dort Unterricht haben wollten, waren Vereinsmitglieder. Damit war der Lehrplan als Vereinsinterner der preußischen Zensur enthoben. Genauso die Bühne, man wurde Mitglied eines Bühnenvereins und dann waren die frei. Und es ist wichtig, wer Landauer war, ein Mensch der Bühne, des gesprochenen Wortes, des Schauspiel, der Literatur. Und ich muss Ihnen nicht hier sagen, wie sehr es Rudolf Steiner auch war, gerade in Berlin, als er da 1897, sieben Jahre nach Landauer, nach Berlin zieht, findet man ihn neben seiner Redakteurstätigkeit für das Magazin der Literatur, ganz viel an den Bühnen, bei den neuen Stücken, bei den Kritiken, der Eindruck, gerade im Bereich der Kunst wird Veränderungen sich vollziehen, soziale Veränderungen. Das ist übrigens auch die Zeit, 1891, Erfurter Parteitag, wer sich etwas mit der Geschichte der Sozialdemokratie in Deutschland auskennt, das Sozialistengesetz von Bismarck war aufgehoben worden, es wurde wieder etwas freier für die Sozialdemokratie. Und auf dem Erfurter Parteitag war eine große Grundsatzdiskussion, wie geht man weiter. Und da gab es eine Gruppe von Sozialdemokraten, die hatten den Eindruck, wo es nicht weitergeht, das ist das Parlament. Das Parlament als Parteiparlament mit politischen Fraktionen, dass diese Form von Parteiparlamentarismus mit dem Ziel, eine Art Staatssozialismus zu errichten, so wird es nicht weitergehen. Und sie trennten sich und wurden die unabhängigen Sozialdemokraten, die sich später etwas mit den Anarchistenverbanden, also ich möchte sie nicht in die Details einführen, aber im Grunde die Frage, wie geschieht denn die freiheitlich-soziale Politik? Und schon damals, als Landauer dazukam, gab es wachsende Gruppen von Menschen, die der Auffassung waren, die Zeit der, nicht der Demokratie, aber dieser Parteienpolitik, die sich ewig sozusagen ablösen in der Macht und dann ihr Programm etwas ändern, das ist nicht der soziale Durchbruch und wir brauchen etwas anderes. Landauer tritt da direkt ein, er ist Student, aber er schreibt, wo er gerade in Berlin eigentlich erst ein Jahr lang ist, zum Beispiel das Manifest für die sozialistische Berliner Studentengruppe für den internationalen sozialistischen Studentenkongress in Brüssel. Er ist ein guter Schriftsteller und wird wahrscheinlich gebeten, ein Manifest zu schreiben und er verhandelt, ob er nicht Redakteur des Magazins für Literatur werden kann. Das war nicht seine Idee, sondern ein Mentor, Fritz Mautner, ein Sprachwissenschaftler, möchte, dass Gustav Landauer diese Position erhält, auch um sich ernähren zu können. Und viele unter Ihnen hier wissen, dass Rudolf Steiner sechs Jahre später diese Aufgabe übernommen hat. Er wurde der Redakteur des Magazins für Literatur, um das Gustav Landauer sich 1891 beworben hat. Also man ist mitten in Berlin, in diesen Umbruchszeiten und er hofft, dass jetzt etwas geschieht dort, was er immer nannt, Durchdringung des öffentlichen Lebens mit Geistes. Wir brauchen mehr Geist im öffentlichen Leben, eine neue Form von Sozialität, eine Alternative zu dieser Industriewelt des Kapitalismus, die zu einer Verödung führen wird, menschliche Beziehungen zu einer Profitgesellschaft, einer Konsumgesellschaft, einer Technologiegesellschaft. Das ist aber geistlos in der Terminologie von Landauer. Wir müssen neue Formen bilden. Die Polizei wird schon nach anderthalb Jahren in Berlin auf ihn aufmerksam. Sie registriert sorgsam, wer bei den Vereinsversammlungen und der unabhängigen Sozialisten dabei ist. Sie beschlagnahmt das neue Organ, der Sozialist. Viele Hefte jedenfalls werden beschlagnahmt, in denen Landauer schon hervorgetreten ist als Schriftsteller, als jemand, der sagt, wir brauchen eine andere Revolution. In einem Brief schreibt er 1892, wir brauchen eine Umwälzung der Geister und die müsse beginnen mit einer systematischen Erziehung von Kindern und Jugendlichen zur geistigen und moralischen Freiheit. Also das Thema, was nach der Pause dann kommt, auch die Bedeutung der Erziehung für eine neue Gesellschaft, hat ihn mit 22 Jahren, knapp 22 Jahren, existenziell beschäftigt. Sein Studium bricht er ab, im Sommer 1892, auch noch mit 22, ohne Abschluss, weil er den Eindruck hat, an den Universitäten geht das eh nicht weiter. Diese Wissenschaftsgläubigkeit, diese Autorität der Wissenschaft, das ist nicht sein Weg. Er verfolgt auch kritisch, wie Wissenschaft in der Gesellschaft instrumentalisiert wird und er möchte anders weitergehen, freier, unabhängiger. Ein Vortrag von ihm ist nachgewiesen, auch noch 1892, über Max Stirner, einer dieser auch großen Lehrer von Rudolf Steiners zu der damaligen Zeit, der Einzige und sein Eigentum, Stirners Hauptwerk. Es wirkt wie ein Lehrbuch des Egoismus, ist es aber nicht, sondern ist eigentlich eine Lehre eines Ichs, das eine Tiefenbeziehung zur Gesellschaft neu aufbaut. Da wird er auch von der Polizei registriert, dass er diesen Vortrag hält. Das ist eigentlich die einzige direkte Begegnung, aber nur auf literarischer Form, Jahre später mit Rudolf Steiner, wo er einmal in einen Disput eintritt, mit Steiner über Stirner oder über den großen Protagonisten von Stirner, John Henry Mackay, ein Engländer, der in Deutschland für Stirner, der längst gestorben war, eintrat, aber sich distanziert vom politischen Anarchismus und damit nichts zu tun haben möchte. Und Landauer sagt, das ist die Mutlosigkeit dieser Menschen, nicht die Courage zu haben, dann auch wirklich für gesellschaftliche Reform einzutreten. Das ist typisch für jemand wie diesen Mackay und wie Rudolf Steiner, den Herausgeber oder Redakteur der Magazin für Literatur, der Mackays Weg unterstützt. Aber das nur am Rande. Er dagegen, Landauer, ist im Visier der Polizei. Er wird auch schon 1892, falls er sich je anders überlegen möchte, mit der Universität, ausgeschlossen für immer, von allen preußischen Universitäten wegen mangelnder, sittlicher Befähigung. So ist die Argumentation damals, wenn jemand sich politisch revolutionär einsetzt, und er war immer ein völlig gewaltloser Mensch, aber er war der Auffassung, es müssen Umbrüche geschehen, dann ist er nicht sittlich für eine preußische Universität tolerabel. Er heiratet, bitterarm, eine Schneiderin, die sich kennenlernten bei der Volksbühne heimlichen Zürich, weil die Eltern sicher dagegen sind und es in Deutschland, wie er glaubt, nur mit väterlicher Unterstützung geht. Aber nach Zürich gehen sie wieder zurück, nach Berlin am ehesten, kann er da etwas verdienen und er übernimmt dann die Redaktion dieses Organes Sozialist. Ab dann ist er noch enger im Visier der politischen Polizei, wie sie damals schon hieß und das hinderte ihn aber nicht, immer wieder aufzutreten auf Versammlungen, auch als Delegierter, wiederum in Zürich 1893, interessanterweise in der Plattenstraße, wo also später die erste Freie Waldorfschule dann in Zürich gegründet wurde, also Steiner Schule, wie es hier heißt. Aber dort war ein Lokal, wo er auf einem internationalen Kongress als 23-Jähriger eine große Rede hält. Die Polizei wollte ihn eigentlich schon inhaftieren, bevor er nach Zürich fährt, wegen der Gefahr von Flucht, aber verfolgen dann seine Rede dort und sind der Auffassung, wir lassen ihn erst mal wirken, denn er wird die Sozialdemokratie zersetzen. Also die politische Polizei verspricht sich etwas von diesem sehr begabten Landauer, dass er eigentlich diese Kräfte der Sozialdemokratie schwächt, aber das Netz wird enger und er wird dann 1893, erst mal wird seine Wohnung durchsucht, stundenlang alle Papiere beschlagnahmt, er kommt ins Untersuchungsgefängnis und man entscheidet sich doch gegen ihn vorzugehen, wegen einigen Artikeln und er ist immerhin schon einmal elf Monate inhaftiert. Polizei hält ihn für gefährlich aufgrund seiner bedeutenden geistigen und rhetorischen Fähigkeiten. Das steht richtig im Polizeibericht darin. Er nutzt die Haftzeit, um sich intensiv mit Dostoyevsky, mit Nietzsche, mit Schopenhauer, mit dem Neuen Testament, aber auch mit der Bauernkriegszeit und Reformationszeit zu beschäftigen. Er schreibt, wir sind im Jahre 1894, als die Philosophie der Freiheit erschien, das Buch Rudolf Steiners, er schreibt in sein Gefängnistagebuch, es liegt etwas in der Luft, das nach großem und nie dagewesenem duftet. Es will eine neue Zeit beginnen und überall sucht sie sich ihre Künder und Vorläufer. Nehmen wir freudig unseren Beruf auf uns, wir entgehen ihm doch nicht. Wir sind die Künder einer neuen Zeit. Der Eindruck einer aufbrechenden, neuen, hellen Zeit ist sehr stark bei ihm, auch im Gefängnis, das er nutzt für die Vertiefung in diese geistigen Schriften und Anliegen. Ich sagte bis zum Neuen Testament, was er versäumt, und das ist ihm bitter, ist die Geburt seiner ersten Tochter Charlotte. Das erste dieser vier Mädchen aus zwei Ehen wird geboren. Kurzzeitig gehen sie dann weg von Berlin, auch der Versuch, diese preußische Polizei ist schon ein Problem, auch für eine Familie, die ja nicht viel Geld hat. Er möchte eigentlich nicht wieder inhaftiert werden und sie versuchen es in Bregenz am Bodensee. Er erwägt ein Medizinstudium in Freiburg im Breisgau, wie Franz Rosenzweig, über den wir in der Reihe sprachen, aber die Universität nimmt ihn nicht, weil er vorsorglich einreicht, die Urteilsbegründung seiner Haft und aufgrund der wird er abgelehnt. Er wäre Landarzt gerne geworden. Er hatte gedacht, das wäre eine Möglichkeit, die Freiheit auch zu gewährleisten. Wem ist ein Landarzt schon, außer den Patienten gegenüber, in Abhängigkeit? Und vielleicht gelingt es trotzdem, schriftstellerisch, sozial engagiert tätig zu sein, aber daraus wird nichts. Letztlich gehen sie wieder, er und seine Frau und die kleine Charlotte, nach Berlin zurück, wo der Sozialist, der zeitweise verboten war und dann auch eingestellt wurde, wieder erscheint unter seiner Führung, was natürlich gefährlich ist. Wenn er weiterhin Redakteur ist von diesem Organ und auch sonst auftritt, er engagiert sich für einen großen Streik. Der Schneiderinnen erkennt sehr gut das Los über seine Frau von den Schneidern in Berlin, die Arbeitsbedingungen damals. Er engagiert sich für die Bildung neuer Gewerkschaften, die aber nicht nur Lohnforderungen haben, sondern der Beginn von Genossenschaften sind. Ihm schwebt vor, dass man sowohl Produktions- wie Konsumgenossenschaften braucht, neue Wege des Warenverkehrs in Sozietäten, ohne dass sich ein Händler, ein Kapitalist dazwischen schaltet. Also versuche, neue Sozialformen im Ökonomischen vor allem auszuprobieren. Und er ist mit bei den Gründern von diesen ersten Genossenschaften. Er engagiert sich weiter gegen Übergriffe der Justiz, gegen Sozialisten, Anarchisten in Barcelona beispielsweise. Er hält sich über Wasser mit zahlreichen Vorträgen, über Literaturwissenschaft, über Dichter. Zu der Zeit versucht er anhand von Dichtern zu zeigen, welche tollen Sozialimpulse eigentlich in ihrem Werk lebt und wie man tief sich in sie einleben kann. In all diesen Vorträgen schreibt er, in denen ich mich so tief, wie es mir möglich ist, in den Dichter und seine Welt hineinbegebe, ruht im Grunde die Frage nach dem Sinn und der Aufgabe des Lebens. Das ist 1898, als Rudolf Steiner genau das Gleiche macht, auf seine Art, in der Arbeiterbildungsschule von Liebknecht, ganz stark anhand von Literatur und auch an Sonntag Mordenden durch Literatur Martinés, diese sozialen Gestaltungsimpulse über diese Lyriker und Poeten nahe zum Herz dieser jungen Arbeiter zu bringen. Landauer, ein Meister der Einfühlung eigentlich in Literaturwerke, geistige Werke anderer Menschen auch, erfasst das Wesentliche und bringt es zu seinen Hörern. Er wird wieder verhaftet, diesmal für sechs Monate Haft in Tegel. Er hatte sich für einen Gastwirt eingesetzt, der des Mordes beschuldigt wurde und es vielleicht nicht war. Und er wollte, dass der Kommissar, dass das nochmal kritisch aufgerollt wird. Er hatte den Verdacht, das ist nicht nur ein Justizirrtum, sondern da ist mehr dahinter, daraufhin wird er inhaftiert. Und zwar im August 1899, da hätte er möglicherweise am 28. August in der Freien Volksbühne den Vortrag von Rudolf Steiner angehört, Goethe und die Gegenwart. Denn das ist Landauers großes Thema, der gegenwärtige Goethe und seine Bedeutung für das 20. Jahrhundert. Aber hier lud die Freie Volksbühne Rudolf Steiner ein, aber er ist gerade nach Tegel für sechs Monate inhaftiert werden. Er selber schreibt über Goethe zu diesem gleichen Tag in seinem sozialistischen Organ zum 28. August 1899 und nur ein paar Sätze aus Landauers Aufsatz, Ich möchte alles, was das eine Goethe mir bedeutet, mit starkem, sicherem Druck in eines zusammenballen können, bis es kristallisch würde und über uns allen schwebte als unerhört leuchtender, farbiger Edelstein. Man solle Goethe nicht aus der Vergangenheit betrachten lernen, sondern als eine wundervolle, individuelle Verkörperung des Humanus aus der Zukunft erleben. Goethe Winke aus der Zukunft. Er sei gar kein großer Toter, so schreibt Landauer, sondern ein ewiger Zeitgenosse. Zeitgleich zu diesem Vortrag von Rudolf Steiner über die Bedeutung Goethes, auch Goethes Naturwissenschaft und Geistesvorgefühl, Sozialgestaltung. Ich möchte das nicht sagen, um den Eindruck zu erwecken, die wären sich in allem einig, aber es ist schon sehr interessant, wie nahe Lebenswege von Menschen geführt werden können, die sich nicht begegnen und welche Initiativen und Kräfte eigentlich in so einer Zeit lebten. Was macht Landauer in Tegel? Ich habe es in der Einleitung schon vorweggenommen. Er übersetzt Meister Eckart aus dem Mittelhochdeutschen ins Neuhochdeutsche. Das heißt, er geht tief in die Mystik, im Aufbruch des Geisteslebens und der Zukunft. Er versenkt sich tief in diesen Dominikaner Eckart und schreibt in einem humoristischen Brief an Fritz Mautner aus dem Gefängnis, was dem Mittelalter das Kloster, das kann uns Modernen das Gefängnis sein. Die Esel, die uns diese Kur vorschreiben, wissen gar nicht, welchem Wohltat sie manchem schon erwiesen haben. Er hat nur die schönen Sachen beschrieben. Es war nicht nur einfach in Moabit und in Tegel. In Moabit früher in so einer Gemeinschaftszelle, vor allem mit Berliner Zuhältern. Das hat er auch zu Studien genutzt, auch zu Sozialstudien. Aber es war keine reine Schreibidylle. Aber er hat das Beste daraus gemacht. Als er zurückkam, war er eigentlich sicher, dass er es der Polizei nicht mehr ganz so leicht machen möchte. Denn diese Dauerinhaftierungen und eben von der Familie abgezogen, er war dabei, eine zweite zu gründen, hat er sich mit Grete ziemlich auseinandergelebt, lernt eine neue und die Frau seines Lebens eigentlich kennen, die schon genannte Lyrikerin Frau Lachmann. Für diese zweite Familie möchte er außerhalb des Gefängnisses bleiben und versuchen, dennoch wirksam zu bleiben. Er ist kurzzeitig in einem Kreis, wo Rudolf Stanner auch war, die berühmte Neue Gemeinschaft der Brüder Hart in Friedrichshagen in Berlin. Das ist schon sehr interessant. Da war auch Martin Buber, da war Erich Müsam. Die hatten nicht nur Gemeinschaftsideale, sondern auch Verwirklichungsideale. Und er hält, nicht dem Beisein Steiners, aber Landauer einen sehr großen Vortrag über durch Absonderung zur Gemeinschaft. 1901 im Juni, Johannizeit. Was ist gemeint? Er sagt, je tiefer der Mensch in sich kommt, er muss sich zurückziehen mitunter, umso tiefer erlebt er eigentlich in seinem Menschen-Ich ein Welten-Ich. Die Weltverbundenheit des Menschen ist in der Tiefe im Ich zu erleben. Je weiter wir wirklich kommen auf dem Innenweg, umso mehr kommen wir heraus aus diesem autonomen Individualgefühl und erschließen uns die Welt. Wir entdecken die Menschheit im Ich. Wir entdecken auch die Realität der Vergangenheit, der Verstorbenen, all der Welt, aus der wir kommen. Wir entdecken Menschheit, er sagt schon gar Kosmos, im Ich. Das heißt, der Weg zu neuen Gemeinschaften, also in die Außenwelt, geht über die Vertiefung in die Innenwelt, aber keine subjektive Mystik, die bei einigen Erlebnissen stehen bleibt, sondern eine, die wirklich dadurch Welten-Ich im Eigen-Ich erfährt, um das sehr abzukurzen. Eine Entdeckung der Weltverbundenheit des Weltengeist im Ich. Sehr interessant, auch wie er den Vortrag beginnt. Er beginnt mit dem neuronalen Menschenbild. Er sagt, Was uns heute gelehrt wird, ist eigentlich, dass der Mensch irgendwelche Sinnesreize hat und die Psyche fabriziert eine Scheinwelt daraus. Raum und Zeit sind nur subjektive Anschauungsformen. Am Ende bleibt nur Abstraktion übrig. Seit Kant, sagt er wörtlich, kann das Begriffsdenken zu nichts mehr führen als zum Todschlagversuch gegen die lebendige Welt. Und jetzt wäre ein neuer Impuls notwendig, ein Widerstand des Lebens, auch ein neues Verständnis von Leib, Seele und Geist und Welt. Ich sage das deswegen natürlich auch prononciert, weil viele von Ihnen wissen, das waren Ausgangsfragen Rudolf Steiners und eigentlich seine Bemühungen zu dieser Zeit, diese Fundamente dieses Weges zu zeigen. Beide verlassen die neue Gemeinschaft, weil sie beide sehen, Landau wie Steiner, dass da es nicht wirklich weitergeht. Landauer schreibt, das sei dort weniger bauend als erbaulich. Und in einem Brief schreibt er, Gemeinden, die lediglich geistige Gemeinschaft pflegen wollen, waren mir schon immer etwas, was ich lieber andere machen ließ. Für ihn qualifiziert sich eine Gemeinschaft darin, ob sie wirklich sozial verändern für alle tätig wird. Diese Eitelkeit, wie er das denen attestiert, sich für Auserkorene zu halten, wäre etwas ganz Gefährliches. Er sucht weiter nach dem, wie es gehen kann. Und das ist durchaus ein schwieriger Weg, dessen möchte ich auch nicht harmonischer darstellen, als er war. Eben, sie sind arm, aber es gelingt schrittweise ihm und seiner Frau, von diesen Übersetzungen, Hedwigs Arbeit, seiner Arbeit, von diesen kümmerlichen Redaktionseinkünften, leben zu können. Und die Familie, die zweite Familie, eben auch zwei Töchter werden geboren, die kommen schon klar. Meister Eckarts Buchherausgabe gelingt mit Unterstützung, auch finanziell von Martin Buber. Das ist ein großes Thema, wie er Eckart wieder als Lebendigen auferstehen lassen möchte, sagt er, im 20. Jahrhundert. Auch die Linie des Neu-Platonismus, der eigentlich die Landau verfolgt, über Dionysius, Skotus, zur Scholastik und dann zu Eckart. Auch die Grenzen der Spracherfahrung von Eckart. Wie drücke ich das aus, was ich geistig erfahre? Auch sein enormes kritisches Potenzial. Eckart war ja jemand, der, obwohl Dominikaner und Mystiker sehr ins Gericht ging, er könnte vielleicht sagen, gerade weil er Dominikaner und Mystiker war, mit dem scheinbar gesicherten scholastischen Wissen. Er stellt kritische Fragen an die Begriffe der Scholastik, der Theologie. Am Ende wird ein Inquisitionsprozess gegen ihn angestrengt. Er beeilte sich zu sterben, schreibt Landauer. Er hat Eckart immer als einen kühnen Erschütterer, einen welterkennenden Menschen erlebt, der das Ich-Bewusstsein überschritten habe und das Begriffsdenken. Also es ist schon ein enormer Geist für ihn und den er aus einer 3 ediert. Und viele von Ihnen kennen die Mystik im Aufgang des neuzeitlichen Geisteslebens. Das Buch, das Rudolf Steiner veröffentlichte in diesen Jahren, wo Eckart und diese Dinge eine große Rolle spielen. Er würde gerne weitermachen, Landauer. Eine Erkenntniskritik des Mittelalters schreiben, hat aber dann weder die Zeit noch die Finanzierung dafür. Letztlich entscheidet er sich, Buchhändler zeitweise zu werden, um etwas Geld nach Hause zu bringen. Und Erich Müsam, einer seiner Kollegen in der Münchner Räterepublik ganz am Ende seines Lebens, schreibt über diese zwei Jahre Buchhandlung, ein paar Jahre lang konnte man diesen welterschütternden Mann Landauer als Verkäufer hinter einem Buchladentisch der Potsdamer Straße sehen. Vielleicht das traurig heiteste Schauspiel der Welt seit den Tagen, da Spinoza Brillen schliff. Also der Spinoza hat ja auch sozusagen ein Gewerbe gehabt. Und also wenn Steiner in die Buchhandlung gegangen wäre oder ging, hätte er ihn schon treffen können. Martin Buber ging jeden Tag hin, als er nach Berlin zog oder wieder nach Berlin kam. Und Martin Buber war es auch, der 2004 in einem Aufsatz über Landauers bisherige Schriften, die Eckart herausgabe, sein berühmtes Buch über Mystik und Skepsis, über Novellen, eine Rezension schreibt in Wien und sagt, das Größte steht noch aus. Landauers Werk ist eine Verheißung. Er sieht etwas Großes in ihm und bittet auch Landauer um eine Schrift über Revolution. Er weiß, dass Landauer kein Jakobiner ist, kein Mann eines gewaltsamen Umsturzes. Wie denkt Landauer die Möglichkeit, Gesellschaft von innen her wandeln zu können? Was muss geschehen in den Menschen und in den sozialen Beziehungen, damit so ein Umbruch möglich ist? Er bittet Landauer, seine Geschichtsphilosophie einmal zu aufzuschreiben, die eben kein reines Fortschrittsdenken, linear so, sondern ganz andere Prozesse verfolgte. Und Landauer nimmt diese Auftragsarbeit an, schreibt ein bedeutendes Buch Nordrhein-Westfalen-7 veröffentlicht, auch über die Frage, es gab ja mal andere Formen von Gesellschaften in der Gesellschaft. Es gab im Mittelalter beispielsweise ja mannigfaltige Gemeinschaftsgebilde. Er sagt, eine Gesellschaft von Gesellschaften. Und er beschreibt, wie die zusammengelebt haben, darunter auch heretische Lebensgemeinschaften, also was man so Ketzer nennt, ob es Albigenser sind oder Katarer, herrschaftsfreie Räume in Selbstverwaltung. Und er beschreibt dann, wie erst der Zentralstaat kam, vor allem nach dem Ende der Bauernkriege. Und eigentlich dieses kommunale Leben, dieses emanzipatorische, selbstbestimmte, die Gemeinde gab sich selbst ihren Gesetz, ihren Orden, ihr Order, ihre Regel. Und dann kam alles von oben. Und die Gemeinde wurde das, was sie heute in vielen Ländern immer noch ist, die unterste Verwaltungsebene eines Staates. Und die Menschen verloren die Fähigkeit, selbsttätig im Umgang mit den anderen die gemeinsamen Angelegenheiten zu organisieren und wahrzunehmen. Und immer mehr, bis hin zur Nachbarschaftshilfe, wurde es verstaatlicht, die Inbesitznahme der gegenseitigen Hilfe durch den Staat, die zunehmende Isolierung der Menschen. Bedeutende Schrift, die Revolution 1907 in einer Reihe, die Buber herausgab über sozial-psychologische Monografie. 1908, er liest auch selber sehr viel Buber. Buber publiziert immer mehr aus der Innenwelt des Judentums heraus. Er nimmt begeistert daran teil. Und Buber hilft ihm selber, ein ganz neues Verhältnis zu finden zum spirituellen Judentum. Zu dem, was Buber später hebräischen Humanismus nannte. 1908, gründet Landauer, einen sozialistischen Bund, hat den Eindruck, es ist etwas möglich, jetzt Menschen zu sammeln, die diese andere, kommunitäre, diese Formen von gegenseitiger Hilfe, Selbstverwaltung, Autonomie, neues Wirtschaftsleben, das muss man ausprobieren, das muss man da üben. Und es wäre gut, wenn dieser sozialistische Bund überall kleine Ortsgruppen hätte. Und so wie Rudolf Steiner, aber ich möchte es nicht ganz gleichsetzen, rundherum reist, um überall Arbeitsgemeinschaften einer anthroposophischen Gesellschaft auf die Beine zu helfen, reist Landauer rundherum Deutschland und die Schweiz. In Österreich kriegt er Einreiseverbot oder darf nicht mehr das Land betreten. Deutschland und die Schweiz sind eigentlich die Länder, wo er hin kann, um durch Vorträge eigentlich diese Ortsgruppen auf den Weg zu bringen. Den Austritt aus dem Kapitalismus zu üben, gewissermaßen, eine Freiheitsordnung einzuüben. Und zentrales Organ bleibt der Sozialist, diese Zeitschrift, die er herausgibt, mit sehr vielen literarischen, philosophischen Beiträgen. Er ist ein genialer Herausgeber, auch wenn es ihm viel Zeit kostet, aber auch den weltweiten Berichten. Er sagt, was wir brauchen, ist ein arbeitendes Lesen. Und er selber arbeitet an der nächsten Schrift, Aufruf zum Sozialismus. Drei Jahre lang ist er an dieser Schrift, wo er die Grundideen nochmal darstellen möchte, darstellen möchte, inwiefern der Staat eigentlich eine Katastrophe ist. Überhaupt die Idee des Staates. Er sagt, wo Geist ist, da ist Gesellschaft. Wo Geistlosigkeit ist Staat. Der Staat ist das Surrogat des Geistes. Er sagt, etwas anderes ist die Nation. Die Nationen verstehen Landauer eigentlich als das Gewordene und Gewachsene. Als das kulturell und sprachlich Verbundene und Zusammengehörige. Da ist viel richtig daran. Aber was das Staat, das zentralistische Staatsprinzip mit seiner Bürokratie, mit seinem Militarismus auch, das ist für ihn die Katastrophe schlechthin. Indem man geraten ist, zunehmend der Staat und seine Polizei und seine Bürokratie und seine Gesetze. Davon müsste man wegkommen, aber nicht alles auflösen. Im Gegenteil, diese Kommunen stärken, diese Formen von Zusammenarbeit. Und er beschreibt aber auch sehr genau die Ideologie des Kapitalismus, die sich mit dem des Staates verbindet. Und des Marxismus, der eine Folge des Kapitalismus ist. Er beschreibt sehr früh, dass der Marxismus die Probleme nicht lösen wird, sondern auf seine Art verschlimmern wird. Und selber dazu neigt, zu Zentralismus und eine Wirtschaftsbürokratie zu etablieren, und zwar weltweit. Und am Ende wird es eine Weltbehörde geben, die entscheidet, wo Produkte von wem gebraucht werden. Welten Weltregierungen, Weltbehörden lang vor dem Great Reset des Weltwirtschaftsforums mit ähnlichen Ideen überstaatlicher Regulationen warnt er. Er sagt, die Welt muss zusammenwachsen. Das brauchen wir, eine Menschheit im Sinne eines wirklichen Beziehungsnetzes, ein Verkehr und Mitteilung rings um den Erdball. Aber es darf nicht nach diesem zentralistisch-kapitalistischen Prinzip ablaufen. Das wird in die völlige Zerstörung münden. Wir brauchen keine Weltrepublik und keine Weltstatistik, sondern eine Entwicklung von unten nach oben. Heute sagt man Graswurzelentwicklung, föderal, eine Wiedergeburt der Völker aus dem Geist der Gemeinde. Er meint jetzt keine Kirchengemeinde, sondern eine Gemeinschaft, mannigfaltige Formen kleiner Zugehörigkeiten anstelle dieser anderen Ideologie, die da herrscht, des unbedingten Wirtschaftswachstums, der Ausbeutung der Natur, der Bodenschätze, der ungebremsten Technologie, dass stattdessen eine Art kommunitärer Selbstverwaltung und das ist ein langes Thema, aber wie er das beschreibt, das wirkt nicht 100 Jahre alt, möchte ich sagen, wird sehr, sehr heutig oder sehr dringend notwendig und für morgen. Es ist, glaube ich, an dieser Stelle nicht mehr die Zeit, auf seine tiefen, neuen Aspekte aus dem Judentum einzugehen. Er spricht vor der zionistischen Ortsgruppe West-Berlin über Judentum und Sozialismus. Der Sozialismus ist eben für ihn der verbindende Geist, die Gegenseitigkeit der Menschen auch als Produzent und Konsument und er ist der Auffassung, das darf ich schon an dieser Stelle sagen, dass wenn Zionismus heißt, eine neue Gesellschaft formen, wo dieser Geist, dieser neue sozialistische Geist lebt, dann ist es gut. Das interessiert ihn dann, wenn in Palästina oder anderswo, wie er sagt, da etwas Neues in dieser Hinsicht geschieht, wie dann die Kibbutz sieben. Das findet Landauer hochinteressant. Und er ist, das sagte ich in meiner Einleitung schon, der Auffassung, dass sowieso in dem Judentum etwas ist, was eigentlich für die Menschheit von Bedeutung ist. Auf den Messias in Verbannung und Zerstreuung zu harren und der Messias der Völker zu sein. Für ihn ist dieses Volk, was keinen Staat hat und am besten nach Landauer auch vielleicht keinen bildet, aber sehr wohl wieder Nation wird. Das heißt, sich kulturell im Sinne von Buber, kulturell zionistisch neu fasst, irgendwie auch ein Vorbild für etwas, was eben gerade nicht Machtgrenzen etabliert, sondern einen Beruf an der Menschheit ausfüllt. Und er warnt immer mehr und von Jahr zu Jahr intensiv vor dem Weltkrieg. Wenn das so weitergeht, diese zentralistischen, kapitalistischen Staaten sich weiter militarisieren, kolonialisieren. Er warnt früh vor diesem deutschen Kolonialwahn und dem der anderen in Afrika. Dann kommt das, was kam, was sie alle kennen, der Erste Weltkrieg. Und für Landauer tiefschmerzlich, dass die meisten deutschen Schriftsteller, Literaten, Philosophen alle mitgehen. Auch Martin Buber zeitweise angesteckt ist von diesem Kriegspatriotismus. Und Landauer ist vom ersten Tag an mit seiner Frau Hedwig ein radikaler Gegner dieses Kriegsgeschehens. Aber er sagt nichts, nicht einmal die Feldprost hat in diesem Krieg so glänzlich, gläglich versagt, wie der deutsche Geist. Und er beschreibt auch, warum gerade in Deutschland es besonders extrem war, dieses Obrigkeitstum, dieses Nichtsehen, was für eine Demagogie da eigentlich herrschte. Was macht er im Krieg? Er versucht kurz unter dem Radar der Polizei sich weiter zu betätigen, vor allem über Literatur, über Hölderlin, über Goethe, die krieglose Kultur von Goethe zu vertreten und über Hölderlin dessen Friedensvisionen zu entwickeln. Sowas geht gerade noch. Ich erinnere an Rudolf Steiners Vorträge in dieser Zeit in Berlin, haben einen ähnlichen Gussduktus von der Tiefe der Aussage her. Interessant auch, er ist in der Schweiz wie der Landauer und spricht über das Amt der Schweiz in der Menschheit. Aber jetzt nicht zu sagen, die Schweiz sollte missionarisch sein, sondern sagen, die erste Aufgabe der Schweiz, nicht schon nach außen ein Vorbild behüte, im Innern die Reinigung. Er meint, die haben so wunderbare Ansätze mit ihren kantonalen, föderalen Strukturen, aber sie müssen sie wirklich souverän durchführen, konsequent, wirklich diese Föderation leben, Abschaffung aller Geheimpolitik und Geheimpolizei und also diese Schweiz innerlich wirklich auszubilden in dem Sinne, könnte zu einem Amt in der Menschheit werden. Das spricht er hier aus, 1915 in Zürich, in Bern, in einem Vortrag. Da ist schon die Baustelle dieser Freien Hochschule für Geisteswissenschaft. Auch er, Landauer, war mit Bube über eine Freie Hochschule seit Jahren im Gespräch, eine Universitätsgründung. Es reicht im Weltkrieg nur bis zu einem jüdischen Volksheim in Berlin, wo verbunden wird Lehre mit praktischen Werkstätten, vor allem für Jugendliche, Sozialarbeit und Bildungsarbeiter ist Landauer sehr tätig. Er geht dann aus Berlin weg, 1917, auch weil er den Eindruck hat, hier geht es auch für die Kinder gar nicht weiter. Sie ziehen nach Grumbach, das ist so an der Grenze von Bayern zu Schwaben, in der Nähe von Günzburg, wo seine Frau mütterlicherseits her war und leben und arbeiten dort, ein wenig weg von der Metropole. Er arbeitet wunderbare Sachen, aus über Goethe, Hölderlin wäre ein großes Thema und möchte in Düsseldorf, da hat er Beziehungen zum Schauspielhaus, einiges auf die Bühne bringen. Er wird später Intendant, ne, Dramatorik wird er der Düsseldorfer Schauspielbühne. Er ist einmal aus der Ferne, möchte hinziehen, hat den Eindruck, eben gerade jetzt, nach dem Krieg, wenn denn das Ende kommt, wird es so darum gehen, die Voraussetzungen einer neuen Gesellschaft zu entwickeln. Aber ganz unvermutet, vor Kriegsende, stirbt seine Frau am 21. Februar 1918 mit 52 Jahren in der Folge einer Influenza, war ja epidemisch, mit Lungenentzündung und er hat dann die drei Mädchen überlegt, nach Düsseldorf zu gehen, kann eigentlich ohne sie fast nicht leben, aber hat das Gefühl, er ist ihr schon noch schuldig, alles zu geben für diese neue Gesellschaft, wofür sie beide eingestanden sind. Was dann kommt, ist aber nicht das Düsseldorfer Schauspielhaus, sondern die Revolution. Das ist ja bekannt, im November 1918 bricht in Deutschland Revolution aus, nach dem Kriegsende an vielen Orten gleichzeitig und München ist nicht weit und es zeigt sich, dass München ein Zentrum wird und er schreibt, er könne noch nicht nach Düsseldorf gehen, ich glaube, es kommt bald der Zeitpunkt, wo ich mein Wort dreingeben darf, schreibt er an die Düsseldorfer Intendantin im 4. November 1918. Und dann bricht die Revolution in München aus, Kurt Eisner wird aus dem Gefängnis heraus, wo er achtenhalb Monate war, erster bayerischer Ministerpräsident einer neuen sozialistischen Republik und er bittet Landauer zu kommen, sobald es ihre Gesundheit erlaubt, er hat auch Influenza. Was ich von ihnen möchte, schreibt Eisner, ist, dass sie durch rednerische Betätigung an der Umbildung der Seelen mitarbeiten. Und so, sobald er es schafft, gesundheitlich und seine Kinder halbwegs versorgt hat durch eine Haushälterin, fährt er immer nach München, immer wieder tageweise zurück und tritt ein in den Zentralarbeiterrat, in diese ganze Räterepublik, die da entstehen soll. Und dann kommen dramatische Monate, die ich abkürzen möchte. Es ist ein Kampf, ein Ringen, wofür ein Landauer steht und ein Eisner steht, ist eigentlich das Rätesystem, für das Rudersteiner auf seine Art auch so radikal eingetreten ist. Aber andere Kräfte gibt es auch, sozusagen die klassischen Parteien, die sich wieder bald etablieren wollen, mit ihrer Form von Parteiparlamentarismus. Es gibt die rechten und die rechtsextremen Kräften, es gibt die linkskommunistischen rote Armeekräfte innerhalb von Deutschland und das wird ein ungeheures Ringen. Landauer Eisner wird ermordet, auf der Straße erschossen, wenige Tage nach einem Gespräch mit Rudolf Steiner in Bern, über das Steiner ja sehr beeindruckt berichtet hat. eine Katastrophe am Todestag, am ersten Todestag seiner Frau, als Landauer von München wegfährt, zu seinen Kindern wegen dem Todestag, als er aussteigt, dort hört er Landauer eisens auf der Straße erschossen worden. Buber ist auch an dem Tag in München, ist auch nach Hause gefahren, hört es auch. Das ist eine Katastrophe, eine ungeheure Tragödie und Landauer geht zurück, hält die Todesrede, die Bestattungsrede für Eisner, 100.000 Menschen auf dem Ostfriedhof in Berlin, eine unglaubliche Rede aus den Gedichten, aus den Briefen heraus seines Freundes Eisners, stellt ihn als einen Propheten dar, mehr oder weniger, ist entschlossen, weiterzumachen, obwohl es immer gewaltsamer wird in München, das ist deutlich. Und noch einmal setzen sich die linken Kräfte durch, wird eine zweite Räterepublik, eine rötliche Räterepublik ausgerufen und Landauer zum Kultusminister gemacht, zuständig für Universitäten, Hochschulen, Schulen, eigentlich sein Ziel, an seinem 49. Geburtstag wird er Kultusminister und aber kurze Zeit später, nach sechs Tagen, setzen sich die Rechten durch, es kommt ein gegenrevolutionärer Putsch und er kann sich noch verstecken bei Frau Eisner in Großhadern, war auch nicht bereit gewesen, schon die Tage vorher mit den Kommunisten mitzugehen, das war nicht seine Welt, aber er wird denunziert in dem Hause Eisner, er wird dann ins Münchner Zentrum geholt, er wird nicht nur verhaftet und verhört, er wird dann in einer furchtbaren Weise an diesem 2. Mai umgebracht, in einer Brutalität, die ich Ihnen nicht schildern möchte. Mit 49 Jahren und ein paar Wochen mehr endet dieses Leben. Er war sehr davon durchdrungen, dass es richtig ist, alles noch zu versuchen in der revolutionären Zeit. Es waren die Wochen und Monate, Rudolf Steiner in Stuttgart zur Erschütterung der ganzen Dornacher Gemeinde sich auch hineinstellte, für die soziale Dreigliederung kämpfte, in den Arbeiterhochbogen sprach, da war es nicht so gewaltsam in Stuttgart, aber es war auch gefährlich, gesellschaftliche Reform und Landauer ist an diesem 2. Mai dann ermordet worden. Bei der Ermordung von Eisner hat er das Gedicht vorgelesen, die Zeilen von Goethe, die töricht genug, ihr volles Herz nicht warten, dem Pöbel ihr Gefühl, ihr Schauen offenbarten, hat man von je gekreuzigt und verbrannt. aus dem Divan. Er hat alles reingegeben, er hat es sehr bewusst getan, Gustav Landauer, um in dieser Zeit zu versuchen, das Neue sichtbar zu machen. Letzte Worte für diesen Teil vor der Pause. Ich glaube, Sie haben vernommen, die Geschichte eines Menschen, wenn auch nur in Umrissen, der wirklich in Reinheit und Treue gegen sich selbst und seine Idee immer gehandelt hat. Manchmal unterschrieb er auch an einen Freund, dein Getreuer vor allem aber mein Getreuer, Gustav Landauer. Also sich selber treu bleiben, ich gehe meinen Weg als Landauer. Er hatte Selbstbewusstsein, aber er war nicht eitel. Einmal schrieb er für Eitelkeit habe er zu viel Selbstbewusstsein. Er wusste, was er für eine Aufgabe hat. Ich stehe auf mir. Er war ein Mensch von einer großen Güte, einer großen Mildheit. Er war eine poetische Seele, sagte er. Und an einen Freund schrieb er einmal, ich dichte, lieber Freund, ich dichte an meinem Volk. Also eine Art Poesie der Lebensgestaltung. Das kann man in seinen Briefen noch sehr, sehr stark erleben. und souverän geistig noch im Tumult der Revolution. Dieses Leben, sagte er einmal, müssen wir ausfüllen mit unserem besten Wesen. Allen Menschen wünsche ich den Frieden, der in mir ist. Wir kennen die Zeit, und friedvoll stehe ich zur Welt. Und das ist auch so ein Element bei ihm gewesen. Ein Mensch, der offensichtlich in Frieden lebte, friedvoll zur Welt stand, und das inmitten der Gewalt und des Tumultes und für eine andere Welt einstand, wo er immer sagte, sie kann kommen. Die Geschichte ist nicht linear, und wir müssen leben mit dem Unbekannten, tief begrabenen und Plötzlichen. Auch heute sieht es ja in vielerlei Hinsicht sehr aussichtslos aus. Die Besitzverhältnisse der Großkapitalismus, die Macht der Technologie, die Staatsgewalt, die Überstaatsgewalt in gewisser Weise aussichtsloser als je zuvor, im Hinblick auf Freiheiten von Individuen, kleiner Gemeinschaften, Gesellschaften in der Gesellschaft. Aber gegen Aussichtslosigkeit hat sich Landauer immer verwahrt. Es kann sich ändern und mitunter plötzlich. Und dafür muss man die Vorbereitungen treffen. So blieb er auch inmitten der Münchner Zeit optimistisch lange Zeit und einmal schrieb er aus München, ich glaube, ich bin der einzige Mensch, der bei all dem freudig und ruhig bleibt. Mittendrin, wie von einem anderen Stern zuzusehen, ist nur einem gegeben, der das alles schon im Voraus längst erlebt und unter sich getreten hat. Eine Antizipation des Vorbereitet Sein, vielleicht schon gar noch einen Schritt mehr im Sinne des Schicksalshaften, aber ich glaube, er meinte es, ich habe mich so lange damit beschäftigt und auch mit den Kräften, die dann wirken, unter sich treten, heißt jetzt nicht gewaltsam, aber michaelisch unter sich lassen. Und ich möchte diese Darstellung beenden mit ein paar anderen Briefsätzen von ihm, die vielleicht eine gute Überleitung für das, was der Neuanfang dann nach der Pause ist, bilden können. Da schreibt er einen Freund einmal über sein Verhältnis zum Leben und zum Tod. Das mögen für heute Abend von meiner Seite aus die letzten Worte sein. Den Tod nach meinem Leben kann ich nur durch Wirksamkeit überwinden. Und das Wissen um diese Unsterblichkeit, die hat jeder. die jeder hat, haben wenige. Das Wissen um diese Unsterblichkeit, dass man den Tod nach dem Leben durch Wirksamkeit überwinden kann. Sie kennen vielleicht den götischen Gesichtspunkt. Wenn ich so wirksam bin und bleibe bis zuletzt, dann wird man mir nach dem Tod eine andere Aufgabe zuweisen müssen, denn die Wirksamkeit geht ja weiter. Also noch einmal, den Tod nach meinem Leben kann ich nur durch Wirksamkeit überwinden und das Wissen um diese Unsterblichkeit, die jeder hat, haben wenige. Den Tod vor meinem Leben überwindet die Ur-Einnerung an die Unendlichkeit, die jeder jederzeit hat, aber nur wenige in seltenen mystischen Momenten wissen. Das Leben neben meinem Leben habe ich in der Liebe und die Fähigkeit zur Tod überwindenden Liebe ist viel verbreiteter als die Gabe der Ur-Einnerung und des Wissens ums Wirken. Also das sind die drei Formen der Unsterblichkeit. Erinnerung, Wirken, Liebe. Sie haben Beziehungen zueinander und wo sie eine Dreieinigkeit bilden, da ist das, was in anderem Zusammenhang bescheiden Talent und Charakter genannt habe. und was man auch anders nennen kann. Erinnerung, Wirken und die Gegenwart der Liebe. Soweit ein kurzes Porträt von Gustav Landauers Lebensgang und eben die Einladung jetzt ein wenig die Bilder anzusehen und dann würden wir nach sieben bis acht Minuten uns einem spezielleren Thema zuwenden der Pädagogik aber durchaus auch im Sinne dessen womit dieser erste Beitrag ausgeklungen ist seinem Sterben und wirksam werden. Vielen Dank erst einmal für die Aufmerksamkeit. Ja, auch meinerseits ein sehr herzliches Willkommen jetzt für diesen zweiten Teil dieses Abends zu Gustav Landauer und jetzt konnten wir ein Bild bekommen von dieser unwahrscheinlichen Vielfalt und Schaffenskraft eines Menschen der in einer so kurzen Lebenszeit so vieles eigentlich ermöglicht hat für viele andere Menschen und zu diesem Ermöglichen gehört auch sein pädagogisches Interesse und auch das was er für die Pädagogik versucht hat zu ermöglichen zu machen und das wird sozusagen der Hauptteil sein meiner Schilderung aber ich würde gerne damit beginnen etwas zu beizutragen zu dem was Rudolf Steiner über ihn gesagt hat es ist sehr wenig Rudolf Steiner erwähnt ihn an einigen Stellen und vor allem an zwei Stellen ein bisschen ausführlicher aber nicht sehr ausführlich und über eine dieser Stellen möchte ich gerne einiges sagen und bevor ich dahin gehe kann man schon sagen nach dieser Schilderung die wir jetzt hören durften dass es erstaunlich ist wie sehr diese Lebenswege eigentlich gemeinsames aufweisen jeder auf seiner Art gründet eigentlich eine Weltverbundenheit aus einer tiefen spirituellen Suche aus einer aus einer Anerkennung des Menschen als geistiges werdendes Wesen Ja der Freund der große Freund Landauers Martin Buber schreibt zu Landauer in seinem Buch Pfade in Utopia was er im Sinn hat ist letztlich revolutionäre Auslese der Erhaltenswerten der zum Neubau taugenden Elementen sozialen Seins das heißt obwohl er ein Revolutionär war hat er eigentlich angeschlossen an dem was durch die Werdegeschichte der Menschheit an Kostbares erarbeitet worden war und auch da finden wir selbstverständlich ein großes Motiv im Leben Rudolf Steiners der obwohl er ganz Neues und nie Dagewesenes denkt und bringt ist immer eigentlich verbindet mit dem was durch die Menschheit schon entstanden ist Rudolf Steiner spricht über Landauer in einem Vortrag im dritten Vortrag einer Vortragsreihe die sie finden können in dem Band der Gesamtausgabe Nummer 192 Geisteswissenschaftliche Behandlung sozialer und pädagogischer Fragen ein Vortragszyklus den er in Stuttgart gehalten hat und im Vortrag den er eine Woche davor gehalten hatte sprach Rudolf Steiner zu der Notwendigkeit einer neuen Gesellschaftsordnung zu der Notwendigkeit eines Gesellschaftswandelns und in diesem Zusammenhang spricht er über die Wertlosigkeit spekulativer Gedanken und die Notwendigkeit neue Gedankenformen zu entwickeln und eine Woche später eben zu diesem Vortrag den ich jetzt erwähne beginnt er den Vortrag damit dass er von dem Schwellenübergang spricht er spricht von diesem Schwellenübergang und zwar in zwei Hinsichten auf der einen Seite sagt er die Menschheit als Ganze geht über eine Schwelle etwas Neues beginnt für die Menschheit zu leben und das aber lebt ganz stark im Unterbewusstsein für die Menschheit als Ganzes wesentlichste Übergangskräfte sind da von denen die Menschheit sich sehr wenig bewusst ist anders aber für den einzelnen Menschen der in diesem Zeitalter eigentlich diese wichtigsten Kräfte finden kann und finden muss gerade durch die Aneignung seines vollen Bewusstseins ja und da spricht Rudolf Steiner über den Freund von Gustav Landauer von Fritz Mautner der in einer gewissen so sagt Rudolf Steiner Resignation eingetreten ist durch das Wahrnehmen gewisser Grenzen der Aussprechbarkeit von dem was der Mensch und die Welt ist und sagt aber dass bei dem Schüler von Mautner Gustav Landauer das nicht der Fall gewesen sei und dann geht er über zu sprechen über die Notwendigkeit einer sozialen Ordnung und dass es eben nicht genüge das Leben nur aus der Oberfläche zu beurteilen sondern es müsse untergetaucht werden in den Untergründen des Lebens um dort die Kräfte für neue soziale Impulse zu finden und spricht hier von der Notwendigkeit einer wahrhaftigen Selbsterkenntnis die aber nicht entstehen kann wenn sie nicht verbunden ist mit einer wahrhaftigen Welterkenntnis ja und in diesem Zusammenhang sagt er es ist notwendig zu einem Denken zu kommen zu einem Denken in uns nicht in bloßen Gedanken sondern zu einem Denken das untertaucht in die Dinge und mit den Dingen und Ereignissen der Welt denkt ein Denken in uns nicht in bloßen Gedanken sondern ein Denken das untertaucht in die Dinge und dann mit den Dingen und Ereignissen der Welt denkt und dann spricht Rudolf Steiner von der Notwendigkeit sich zu verbinden mit der Welt bis hin zum Atmen mit der Welt in den kosmischen Rhythmen der Welt dieses Einatmen und Ausatmen im Leben das sei ja eigentlich ein Zusammenwachsen mit der Welt in allen ihren unterschiedlichen Rhythmen in allen ihren unterschiedlichen Zeiten und ganz zuletzt spricht dann Rudolf Steiner vom Absterben der bürgerlichen Welt und vom Aufkommen dessen was sich in der sozialen Bewegung aus der so Rudolf Steiner proletarischen Welt entwickelt und das sei ein Werden von Zukunft und dann sagt er dass das eigentlich gesehen werden kann aus dem Gesichtspunkte des Schwellenübertrittes und dass dort es möglich sei zu beobachten was geistig notwendig ist so dass ein Willensimpuls für eine soziale Neugestaltung entstehen kann ja dieser Vortrag hält Rudolf Steiner am ersten Mai 1919 das heißt am Abend bevor dem Tag wo Gustav Landauer ermordet wird und das kann einen sehr erstaunen oder eigentlich sehr erschüttern wenn man denkt dass Gustav Landauer tief verbunden ist mit der Idee dass ein gesellschaftlicher Wandel nur möglich ist durch auch ein Wandel der Pädagogik durch Erziehung und ich werde gleich da einsteigen ein bisschen und davon einiges erzählen Gustav Landauer war der Überzeugung dass für den werdenden Menschen eine Pädagogik notwendig ist die selbst auch in werden entsteht und nicht in Programmen nicht aus Programmen bestehen kann weil das werdende immer neu gefunden immer neu gesucht werden muss und sie werden ja sich erinnern dass ein paar Monate später die erste Waldorfschule entsteht die erste Waldorfschule eine Schule für die Kinder der Arbeiter die in der Fabrik arbeiteten eine Schule die sich auch orientieren möchte an dem was der Mensch im Werden immer erneut ist und wird 1907 schon hatte Rudolf Steiner von dieser Erneuerungsmöglichkeit der Gesellschaft durch die Pädagogik gesprochen die pädagogische Frage die Erziehungsfrage als soziale Frage kann man sagen ist die Orientierung ist die Perspektive aus der viele dieser Menschen die in dieser Zeit eine neue Gesellschaftsform suchen eine Gesellschaftsform in der auch diejenigen Menschen die in nicht privilegierten Lebensumständen lebten die auch für diese Menschen zugänglich sein sollte die Erziehungsfrage als soziale Frage das so heißt ja ein Vortragszyklus den Rudolf Steiner gibt das war eine Realität im Denken und im Wollen und im Versuch auch von Gustav Landauer ja er hatte schon früh in seinem anarchistischen Sozialreform Impuls Interesse an die reformpädagogischen Bewegungen Bewegungen und es ist auch sehr interessant dass die Gespräche zur Genehmigung der Gründung dieser ersten Schule der ersten Waldorf Schule zwischen diese Gespräche die stattfanden zwischen den Initiatoren und den Behörden in Württemberg in den Wochen nach Landauers Tod stattfanden Ja und sehr bedeutend für das pädagogische Interesse Landauers war die Arbeit von einem Pädagogen von einem heute würde man ihn nennen einen Reformpädagogen einen Anarchisten einen Sozialisten aus Barcelona Francisco Ferrer der zu Beginn des 20. Jahrhunderts eine neue Schulform gegründet hat die eigentlich sehr lange Zeit noch gewirkt hat und die man heute kennt als die moderne Schule und in der Auseinandersetzung oder in der Beschäftigung mit dem Werk und mit dem Leben und auch mit dem Tod von Francisco Ferrer entwickelt Gustav Landauer eben eine ganze Bewegung für eine Reformschule in Deutschland und deswegen möchte ich kurz über Francisco Ferrer einiges sagen Er ist geboren er war geboren in Barcelona 1859 das siebte Kind einer Bauernfamilie und er erhielt eine sehr streng katholische Erziehung das war für ihn bezeichnend er hat sehr gelitten in seiner Schulzeit und er sagte in einem gewissen Moment dass es sehr leicht wäre eine Konzeption des Pädagogischen zu entwerfen man müsste einfach das Gegenteil machen von dem was er selbst in seiner Schulzeit erlebt hätte er geht nach Barcelona er war in der Nähe von Barcelona in einem Dorf geboren und dort macht er eine Ausbildung als Buchhalter und kommt anarchistischen und sozialistisch denkenden Menschen nahe tritt der freimaurischen Loge bei und muss schon 1885 wegen seiner politischen Aktivität seiner anarchistischen sozialistischen Aktivität nach Paris fliehen dort lebt er lange Jahre im Exil er ist spanisch lehrer und dort entwickelt er ganz nahen Kontakt zu den französischen anarchisten eine seiner spanisch Schülerinnen war eine ältere Dame die seine Ideen sehr schätzte und die ihm ein Erbe hinterließ und mit diesem Erbe konnte er dann 1901 wo er nach Spanien zurückkehrt die erste Schule eröffnen die erste dieser Escuelas Modernas für ihn war ganz zentral und das wird dann Landauer auch in sehr ähnlicher Art in einem Text aus dem ich kurz vorlesen werde auch formulieren dass die Schule frei sein muss vom Staat und von der Kirche weder Staat noch Kirche sollten Einfluss auf die Schule haben diese Schulen die er begründet und zu denen ich gleich kurz etwas sage wird zu einer Bewegung von Schulen und wächst sehr schnell 1905 hat die Escuela Moderna in der Provinz von Barcelona 147 Schulen also vier Jahre nach der Begründung der ersten Schule und drei Jahre später sind Schulen in ganz Spanien auch in Portugal in Sao Paolo in Brasilien in Lausanne in der Schweiz und in Amsterdam 1906 wird aber die erste gegründete Schule geschlossen den Ferrer Gerät unter Verdacht teilgenommen zu haben im Attentat gegen den spanischen König Alfons der 13 Er wird inhaftiert verbringt ungefähr ein Jahr im Gefängnis und wird dann freigelassen und dann begründet er die Zeitschrift L'Ecole Renovée und gründet 1908 die internationale Vereinigung für rationale Erziehung der Kindheit zu der unter anderen Menschen Bernard Shaw und Maxime Gorky gehörten Im Sommer 1909 regte sich in Katalonien aber besonders in Barcelona ein Widerstand gegen die Einberufung von Reservisten für die spanische Militäroperationen in Marokko Es kommt in Barcelona zu einem Generalstreik Es werden Regierungstruppen eingesetzt Es kommt zu heftigen Schlachten in der Stadt großer Widerstand und Ferrer wird im Rahmen dieses Aufstandes verhaftet und von einem Militärgericht zu Tode verurteilt Er wird am 13. Oktober 1909 hingerichtet und bevor er im Stehen erschossen wird richtet er einen Gruß an seine Schule und sagt Ich bin unschuldig Es lebe die moderne Schule In sehr vielen europäischen Städten fanden große Demonstrationen vor den spanischen Botschaften Stadt und angeblich das kann man in Zeitungen nachlesen jedenfalls steht es so in Zeitungen versammelten sich am 17. Oktober also vier Tage später in einer Demonstration in Paris 100.000 Menschen und auch in Berlin gab es ganz große Proteste In Deutschland untersucht die Polizei auf Anweisung des Innenministers die Verbindungen dieser von Ferrer gegründeten Internationalen Liga für Volksbildung und es gab tatsächlich eine Zeit eine kurze Zeit eine deutsche Sektion dieser Internationalen Liga und sie wurde interessanterweise von Ernst Heckel geleitet Erstmal war Landauer eingeladen worden sie zu leiten aber er sagte er könne diesen Vorsitz jetzt nicht annehmen weil er bereits die Idee der sozialistischen Liga eigentlich in sich hatte und er möchte sich ihr ganz widmen Landauer war sehr wahrscheinlich schon zu Beginn der Jahrhundert in Kontakt getreten zu Ferrer zu Franzisko Ferrer durch einen gemeinsamen Bekannten und nach Ferres Tod befasste er sich mit der Zeitschrift L'Ecole Renovée und wird eigentlich Artikel schreiben in seiner Zeitschrift und in Verbindung zu Artikeln die in dieser Zeitschrift von Ferrer erschienen waren Nach dem Tode von Ferrer erscheint sein Buch Die moderne Schule wo sein Erziehungsziel beschrieben wird und ich lese kurz vor aus diesem Buch Die Aufgabe der modernen Schule ist es dafür zu sorgen dass die ihr anvertrauten Kindern gut wahrhaftig gerecht und frei von allen Vorurteilen erzogen werden Zu diesem Zweck wird sie das dogmatische Studium durch ein begründetes Studium der Naturwissenschaften ersetzen Das dogmatische meint hier das kirchliche Sie wird die Fähigkeiten eines jeden Schülers anregen entwickeln und lenken so dass er mit der Gesamtheit seines individuellen Wertes nicht nur ein wertvolles Mitglied der Gesellschaft sein wird sondern infolgedessen auch den Wert der Gemeinschaft erhöhen kann Sie soll wahre soziale Pflichten lehren gemäß der gerechten Maxime es gibt keine Pflichten ohne Rechte es gibt keine Rechte ohne Pflichten den Lehrern sagte er sei du ein Mensch da du Menschen schaffen sollst und es ist sehr interessant es waren private Schulen und sie gingen so mit den Schulgeldern um dass jede Familie das bezahlte was sie bezahlen konnte und diese Schulen konnten so bestehen wie gesagt es waren hunderte von Schulen in ganz Spanien die auf diese sage ich mal ganz neuen ökonomischen Basis ermöglicht wurden ja im November 1909 also wenige Monate also ja ein Monat eigentlich nach Ferers Tod wird in einer Versammlung innerhalb des sozialistischen Bundes die Gruppe Gemeinschaft gegründet und Landauer schreibt an Buber die Gruppe Gemeinschaft hat nun endlich eine Aufgabe bekommen wir haben letzten Dienstag recht vernünftig und ersprießlich über die freien Schulen und die Möglichkeit ihrer Begründung in Deutschland gesprochen und Mitte Januar 1910 das heißt drei Monate später schreibt Landauer ein Aufruf zur Gründung freier Schulen Er sagt es sollen Privatschulen für das Volk gegründet werden Schulen in denen keine Einmischung des Staates oder der Kirche sein darf und in diesem Aufruf steht fort mit der Einmischung des Staates und der Kirche in unseren Schulen Freiheit der Schule Selbstbestimmung der zu Schulgemeinden vereinigten Eltern über ihre Kinder Ja dort steht in dieser Einladung dieser Gruppe Gemeinschaft in der Publikation vom Januar 1910 dass es darum geht dem Schüler das eigene das in ihm ist herauszuholen zu steigern und so die Welt zum Persönlichen das Persönliche zum Weltgewachsenen und Weltumfassenden zu machen Ist das nicht unglaublich schön ausgedrückt das eigene das in jedem Kind ist herauszuholen zu steigern und so die Welt zum Persönlichen das Persönliche zum Weltgewachsenen und Weltumfassenden zu machen Ja ein Jahr nach dem Tod Franzisco Ferres im Oktober spricht Landauer auf einer Ferrer Gedenkversammlung die organisiert wurde von der Freien Vereinigung Deutscher Gewerkschaften vor etwa 500 Menschen spricht er über das Leben und das Werk von Ferrer und er schreibt in der Nummer vom November 1910 in seiner Zeitschrift im Sozialist ein Artikel die Fortführung von Ferres Werk und endet den Artikel mit folgenden Anruf ans Werk also was ich dabei tun kann neben dem vielen was mir keiner abnehmen wird das soll geschehen ans Werk auch die anderen alle ihr Freunde alle nicht die anderen Leser rufe ich dich mein Leser eben dich blick auf und besinne dich bis es dir aus dem Kopf in die Hand fährt und dann leg Hand an ja er spricht sehr dezidiert in den kommenden Monaten und bis 1911 über die Notwendigkeit freier Schulen in Deutschland er denkt sogar daran ein Propaganda Verein zur Gründung freier Schulen in Deutschland zu bilden und sagt es bräuchte 100 Männer wie Ferrer die den Menschen die Wahrheit verkünden sehr interessant ist dass die Schätzung des Beamten der politischen Polizei zu der Zeit ich lese vor was dieser Beamte schreibt ich halte diese zielbewusste und von hohem Idealismus und der unleugbaren Intelligenz Landauers getragene Agitation wie der Landauer ganz systematisch vorgeht für viel gefährlicher als die ganze andere anarchistische Propaganda weil sie sich eben der Jugend bemächtigen und in ihrem zusagenden Sinne erziehen will ja leider war es so und das schreibt auch Landauer dass von den Genossenschaften und Gewerkschaften nicht genügend Interesse da war und so entwickelte sich dieses Vorhaben der Gründung vieler neuen freien Schulen in Deutschland erstmal in dieser Form nicht weiter dass die Erziehung ein Schlüssel für die gesellschaftliche Verwandlung war das war natürlich vielen Menschen klar auch vielen Anarchisten und Revolutionären auch nicht zuletzt zum Beispiel Lev Tolstoi den Land der Verlandauer ganz ganz wichtig war und das Interesse in Pädagogik den Landauer entwickelt ist einerseits so zu verstehen als Grundmöglichkeit für eine gesellschaftliche Verwandlung aber andererseits ist dieses pädagogische Interesse ganz tief verankert in der Konzeption in dem Bild in der Vision die Landauer vom Menschen hat die Landauer vom Mensch als Werdender hat und ich möchte kurz zu diesem Bild des Mensch als Werdender wie Landauer ihn ganz unterschiedlich und vielfältig beschreibt ein bisschen versuchen zu skizzieren er schreibt in Skepsis und Mystik dieses Werk von dem wir schon hörten die Welt will Entschuldigung die Welt will werden sie will Mensch werden sie will alles werden und er schreibt in einem Brief an einem Freund 1903 der Materialismus hat nie so strotzende Triumphe gehabt wie jetzt und in nächster Zukunft die Sinne sind nie mächtiger gewesen in dem was sie zur Welterkenntnis beitragen können es ist eine Lust Skeptiker und Umdeuter zu sein aber das ist mir viel zu wenig bloß um des Lebenswillens zu erkennen ich will um des Gestalten Willens erkennen das Leben ist ein Mittel zur Erfassung und Gestaltung der Welt so wie das Fernrohr ein Mittel ist Welten ins Auge zu fassen Für ihn war es ein großes Vorbild wie wir schon hörten im ersten Teil dieser Betrachtung zu Landauer die Gemeinschaftsbildung die im Mittelalter an vielen Orten gepflegt war und er entwickelt die Idee einer Mystik die nicht weltentfremd ist sondern und die nicht zu einer Askese oder sich einer Magie zuwendet sondern die das Denken bis an die Erfahrungsgrenzen führt dort wie er sagt wo Unaussprechbarkeit und Einheitserfahrung im Lebensstrom sich ereignen kann Für ihn sind Individuum und Welt nicht zu trennen es gibt kein Individuum ohne Welt und im ersten Teil von Skepsis und Mystik unter dem Titel Das Individuum als Welt schreibt Landauer Der Weg den wir gehen müssen um zur Gemeinschaft mit der Welt zu kommen führt nicht nach außen sondern nach innen Es muss uns endlich wieder einfallen dass wir ja nicht bloß Stücke der Welt wahrnehmen sondern dass wir selbst ein Stück Welt sind Wer die Blume ganz erfassen könnte hätte die Welt erfasst Nun denn kehren wir ganz in uns selbst zurück dann haben wir das Weltall leibhaftig gefunden Die Umwege die in Jahrhunderten gemacht wurden waren nicht überflüssig aber jetzt ist es Zeit zur Einsicht dass es keinerlei Individuum sondern nur Zusammengehörigkeiten und Gemeinschaften gibt Individuum ist ein starres und absolutes als Ausdruck für ein sehr bewegliches und verbundenes das Individuum ist das Aufblitzen des Seelenstromes den man je nachdem Menschengeschlecht Art oder Weltall nennt alles sagt er ist miteinander verwachsen und verwoben und so bin ich wirklich sagt er die ganze Welt und in der ganzen Welt gibt es durchaus nichts unausgefülltes und leeres und dann sagt er alles was in uns lebt das wissen wir jetzt das ist Umwelt in uns einverleibt einvergeistert angegottet angegottete Welt das ist das Individuum ja er sucht diese Möglichkeit dass der Mensch das erfüllen kann das erleben kann das und so schreibt er das gewordene das werdende der Mikrokosmos der Makrokosmos das Individuum das Volk der Geist die Gemeinschaft die Idee der Bund ist und dieses Bild eines werdenden Menschen eines Individuum der Welt einer Welt die im Menschen lebt diese Verbundenheit als grundsätzliche Konstitution des Menschlichen und der Welt ist für Landauer eine Realität bis in alle Lebenssphären hinein es ist nicht wie wir schon hörten auch im ersten Teil ein Zurückziehen aus der Welt sondern eine Hinwendung zur Welt hin und er hat wirklich diese ganze Bewegung des Anarchismus und des Sozialismus in vielen Ländern verfolgt wie wir hörten er war informiert zu den Ereignissen in USA in Mexiko Japan Frankreich England Italien Russland das heißt diese Weltverbundenheit bedeutete für ihn nicht einfach ein Ideal sondern eine tatsächliche tägliche Wirklichkeit und er sah wie wir schon auch hörten in dieser Form einer Globalisierung die eigentlich durch die Wirtschaft erzeugt wird eine unfassbar große Gefahr und schreibt zum Beispiel wir sind viel zu weit von Gerechtigkeit und Verstand in der Herstellung und Verteilung der Produkte entfernt jeder der heute verzehrt ist auf die ganze Weltwirtschaft angewiesen weil sich zwischen ihn und seine Bedürfnisse die Profitwirtschaft eingebürgert hat das könnte heute in der Zeitung stehen was jetzt kommt die Eier die ich esse kommen aus Galicien die Butter aus Dänemark das Fleisch aus Argentinien und ebenfalls aus Amerika das Korn zum Brot die Wolle meines Anzugs aus Australien die Baumwolle meines Hemdes aus Amerika und so fort das Leder und die dazu nötigen Gerbstoffen zu meinen Stiefeln das Holz zu Tischen und Schränken und Stühlen und so immer weiter also er ist einsichtig in dem was schon damals wenn wir denken Anfang des 20. Jahrhunderts schon erlebbar war er schrieb einfach noch und damit werde ich zum Ende gehen zwei Tage nach dem Tod von Franzisco von Franzisco Ferrer am 15. Oktober in seiner Zeitschrift im Sozialisten zwei Staaten sind es in deren innere Angelegenheiten sich die Völker des übrigen Europa immer besonders eindringlich mit Rufen der Empörung und des Protestes einmischen müssen Russland im Osten und Spanien im Westen also man muss sich einmischen Russland im Osten und Spanien im Westen und da beschreibt er eben dass Ferrer gefangen genommen ist er schreibt er ist im Zuchthaus gesteckt worden er ist zwischen Leben und Tod er hat die große Bewegung zur Gründung von Schulen ins Leben gerufen zur Gründung privater weltlicher Schulen für die Kinder des Volkes damit das Volk die Tatsachen der Natur und des Geistes kennenlernt ehe es zu spät ist wollen auch wir noch das wenige tun was uns zu tun übrig bleibt und uns den Worten dem Protest Europas anschließen und zum Proteste auffordern und indem er das schreibt erfährt er was passiert ist und schreibt zum Protestieren ist es zu spät Franzisko Ferrer ist am Morgen des Mittwochs des 13. Oktober 1909 standesrechtlich ermordet worden ich möchte gerne abschließen mit einem mit einer kurzen kurzen passage aus dem Buch der werdende mensch der werdende mensch so heißt das buch das nach seinem tod und nach seinem letztwilligen auftrag martin buber herausgegeben hat eine zusammenstellung unterschiedlicher texte und der erste text ein kapitel zur damals geplanten erweiterten ausgabe von skepsis und mystik heißt die musik der welt und sie hat er 1905 geschrieben landauer schreibt dass die musik die beste sprache des menschen ist und die sprache die ausdrücken kann die sich durchdringenden welten die welten die im werden in immer fortwährenden entstehen sich befinden und aus diesem text möchte ich gerne abschließend einige zeilen vorlesen aber wenn ich schon eine welt bin die aus welten und welten und aber welten besteht und wo jede innenwelt immer neue welten heraufruft die an mir verklingen wollen da sind ja noch welten von welten draußen die sich durch meine organe und durch meine seele mit mir verbinden verschwistern vermählen mich neu machen sich neu machen mich wandeln sich wandeln neue welten holen und schaffen alte herbeirufen wollen dass die welt nichts seiendes ist seiendes ist nur der farbige abglanz den das leben hinter sich lässt sondern sie ist werdendes hier ein bisschen präsent sein konnte durch diese schilderung wir freuen uns als sektion selbstverständlich für ihre unterstützung wenn sie möchten und wünschen einen sehr sehr schönen abend eine gute nacht und ein gutes nach hause kommen vielen dank